Sechs Wörter, die dein Leben verändern. Also ein einziger Satz soll dein Leben verändern können. Gibt es so einen Satz überhaupt? In diesem Video zeige ich dir tatsächlich, dass ein Satz deinen Blickwinkel komplett wandeln kann. So wie du die Welt plötzlich anders siehst, wirst du auch die Welt plötzlich anders erleben. Es wird auch anders auf dich zukommen. Und diesen einen einzigen Satz, den werde ich dir in diesem Video heute erzählen. Wir wissen ja generell, dass Sätze eine große Wirkung auf uns haben. Klar. Das kennen wir von Affirmationen, Befehlssätze, sagt die Hirnforschung dazu. Weil man weiß, wenn wir gewisse Sätze immer und immer wieder wiederholen, dann transformiert tatsächlich unser Gehirn da so einiges um, es baut um. Also wir programmieren sozusagen unser Gehirn neu, wenn wir immer wieder ähnliche Sätze nutzen. Das können auch negative Sätze sein. Wenn wir sagen, ich bin ein Verlierer, dann ist das für unser Gehirn genauso ein Befehlssatz. Wenn wir sagen, ich bin ein wundervoller Mensch, ebenso. Also tatsächlich, Sätze bewirken unglaublich viel. Und wir wissen ja, wenn wir Sätze oft genug wiederholen, dann wandelt sich nicht nur in unserem Gehirn so einiges um. Also wir programmieren nicht nur unser Gehirn um, sondern wir senden diese Gedanken und Überzeugungen tatsächlich nach außen. Und Überzeugungen entstehen innerhalb von kurzer Zeit, innerhalb von drei, vier Wochen, entsteht aus einem solchen Satz, den wir immer wiederholen, auch eine Überzeugung. Und wir bauen ein Resonanzfeld auf draußen. Andere sozusagen sehen uns plötzlich auf diese Weise und reagieren. So, also nun wollen wir mal schauen, was könnte das denn für ein Satz sein? Weil es gibt ja bereits viele Sätze, die wir kennen und wo wir sagen, okay, der Satz ist ganz schön wichtig für mich. Also mein Satz, den ich euch heute erzähle, beginnt mit ich bin. Wir wissen ja, dass alles, was nach ich bin kommt, hat eine enorme Wirkung. Weil wir identifizieren uns damit mit ich bin. Ich bin doof, ich bin klug, ich bin perfekt, ich bin ein Gewinner, ich bin ein Loser, ich bin ein Versager. Also alles, was nach ich bin kommt, damit beschreiben wir authentisch unsere Wirkung. Das, was wir sind. Und wir zeigen anderen, bitteschön, auf diese Weise möchte ich von euch behandelt werden. Also, ich bin ist schon mal, I am, om, om, ist schon mal sozusagen das Grundprinzip eines Satzes, der ein ganz klarer Befehl für uns ist, ein Resonanzfeld auf diese Weise zu bauen. Also, ich bin. So beginnt auch mein Satz. Ich bin ein, so, und jetzt kommt's. Ich bin ein Meister, da wirst du sagen, upsala, hallo, ich bin doch kein Meister, oder? Ich bin eine Meisterin, ich bin eine Meister oder eine Meisterin. Entschuldigung, ich bin doch kein Meister. Okay, Komma, der übt. Ich bin ein Meister, der übt. Oder ich bin eine Meisterin, die übt. Das ist mein Satz, den ich lange, lange, lange genutzt habe und immer wieder tue, wenn irgendwie mal irgendwas passiert, was mir nicht so gefällt. Dann sage ich, ich bin ein Meister, der übt. Und plötzlich wandelt sich alles. Das ganze Umfeld wandelt sich. Auch mein Blickwinkel wandelt sich. Denn ich betrachte nicht mehr die Dinge, als immer geht alles gegen mich, immer wandelt sich alles zum Schlimmen. Oh mein Gott, was jetzt wieder alles Großes passiert. Sondern ich bin ein Meister, der übt. Und auf diese Weise öffnen wir alle unsere Kanäle für Lösungsmöglichkeiten. Weil ich bin ja ein Meister oder eine Meisterin, die übt. Also wenn was passiert, perfekt, dann ist das eine Herausforderung, um erneut zu üben, üben zu dürfen. Also ich bin ein Meister, der übt, ist mein Satz, der unglaublich viel gewandelt und transformiert hat in meinem Leben. Und in deinem Leben könnte das auch so sein. Also überleg mal, probiere mal so ein bisschen die nächsten Wochen herum. Ich bin ein Meister, ich bin eine Meisterin, die übt. Und wir wissen das ja, dass manche Sätze uns überfordern können. Ich bin pure Liebe, sagen wir. Ich weiß nicht, wie ich das sagen kann. Vielleicht ging es dir ganz ähnlich. Ich bin ein Meister, ich bin eine Meisterin. Aber ich bin ein Meister, der übt. Heb dich einmal in die Bewusstseinsebene des Meisterlichen. Also du gehst automatisch schon mal in ein anderes Frequenzfeld hinein. Sagst aber gleichzeitig, das da unten, was du ja alles kennst. Ja, das findet auch immer noch statt. Aber es findet jetzt anders statt. Nämlich, das nehme ich an als eine wundervolle Möglichkeit, noch größer, noch reifer, noch bewusster, noch wacher und noch meisterlicher zu werden. Also, ich bin ein Meister, der übt, ist ein genialer Satz. Und das waren jetzt genau fünf Minuten. Länge hatte ich nicht vor. Denn die wirkliche Wirkung dieses Satzes entwickelt er natürlich erst dann, wenn du ihn anwendest. Also wende diesen Satz jetzt mal immer an. Schlaf mal damit ein, wach mal damit auf, geh mal ein bisschen damit spazieren. Und wenn irgendwie einer im Auto dich schneidet, sagst du, ich bin ein Meister, der übt. Und dann musst du schon lachen. Also, wenn ich das anwende bei mir, ist ganz oft, wo ich sage, es ist ja grandios, was von Meistern alles verlangt wird. Aber ich bin ein Meister, der übt und ich gehe weiter meinen Weg. So, in diesem Sinne wünsche ich dir, dass du deine Meisterschaft erreichst. Und du wirst sehen, was einen so einen Satz bewirken kann. Und wenn das Video dir gefallen hat, bitte dann teile es, damit alle meisterlich werden. Und abonniere den Kanal, wenn du magst. Weißt ja, jeden Dienstag, jeden Sonntag gibt es ein neues Video von mir. Und gib mir einen Daumen nach oben oder schreib ganz viele oder und schreib ganz viele Kommentare. Denn ich lese ja alles und ich freue mich über jeden Kommentar von euch. Denn auch ich bin ein Meister, der übt. Und da stehen ganz viele Anregungen auch für mich drin. Also, in diesem Sinne von Meister zu Meister, oder? Von Meister zur Meisterin. Oder von der Meisterin, dem Meister zum Meister, der hier sitzt. Wir alle üben noch. Und das ist grandios. Also, lass uns meisterlich üben. In diesem Sinne, alles Liebe, dein Pierre.